Herzlich Willkommen vom Landwirtschaftsbetrieb der Familie Sutter in Samada. Wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb mit Aufzucht. Wir haben 45 Milchkühe und nochmals so viel Jungfeder, das heisst vom Kälbchen bis zum Rind. Unsere Rassen sind Ritholstein- und Hohlsteinkühe. Unsere Kühe fressen Heu, Gras, Rauhfutter und ausschliesslich aus der Gegend. Sie sind viel auf der Weide mit der Esel und mit der Rasse. Unsere Lieblingskuh ist Alaska, sie ist vierjährig. Sie ist so verschmust. Sie heisst Alaska, weil sie voll Flöckchen vom Kopf hat. Unsere Milch geht einen Teil in den Hofladen. Dort machen wir Sieger draus und wird frisch verkauft. Der Rest geht in die Molkerei und in die Sommerglassenproduzent. Von denen nehmen wir Produkte zurück in Form von Käse, Joghurt und Glassen. Wir verkaufen unsere Produkte am Wochenmarkt mit weiteren regionalen Spezialitäten und sieben Tage in der Woche in den Hofladen. Besonders, was ich schätze hier in Samada ist, dass wir in den Bergen hier oben sind, das ist so hoch und offen. Die Vielseitigkeit vom Beruf fällt mir am meisten und dass man die vier Jahreszeiten in der Natur erleben könnte. Wir machen uns auf der Fronten. Wir machen uns auf die Seite und beten die Noten. Die Natalăreann und der Verkaufel für die Noten und die Noten. Das ist die Noten für das Erdbeeren. Vielen Dank.